mehr drin ja ich hab das ich hab doch alles auf die Stadtseite gesetzt aber morgen kommt sowieso mein neues Projekt auf die Stadtseite also ich mach mal einen zweiten Ofen dahin noch für Eis und Sof. Ach, geht schon wieder weiter oder wie? Nein, überhaupt nicht, wir tun nur so 10 Stunden Felix, dem es weiter ging Boah, es geht schon wieder weit! Äh, Leute, noch ein bisschen Airturm wie gesagt, ähm, ich bräuchte mal ein bisschen mehr Holz der Airturm steht da, weil ich irgendwie auch aufs Dach komme, oder? Ich hab hier 62, bitteschön Bau was ja, pass in die Truhe, oder so, ich steh im Dach oh man, wer hat mich grad geschlagen? Alter, warum hab ich hier doch... ich hatte eben... warum hast du einen Pfeil in den Kopf? ja, das frag ich mich jetzt auch weil es uns nie eine Brille ja, war doch aber nix, was mir... hätte... oh doch, da ist ein Skelett, ne, dann kein Wunder tut mir leid, ich konnte nicht... ich hab Schaf und Schwein gefunden da ist ein Skelett vor der Haustür, man! ja, und da vorne steht noch eckig gegangen ja, aber das wusste ich nicht, hab sich gesehen du hattest voll voll Schaden gelündet, ja nein, aber ich hab' mich nicht viel Schaden gekriegt, dadurch ja, ich brauch' Holz mal... wie hab' ich denn nicht? Verdammt, ich bin der letzte Scheißhote ja, weil das wäre auch nicht in die Sonne laufen, das Scheißviege ja, so... ne, gib mir mal jemand... Holz, Holz... ich hab' kein Holz... ich sammle ja grad... Holz... ja, ich sammle auch mal bisschen... äh, wir sind zumindest mal 15... Holz... oder dürfte vielleicht sogar fürs Dach schon reichen... Leute, alle nach Hause gehen, ich hab' Essen hast du Schafe? viel Essen, ne, noch nicht mal genug für ein Bett toll, was machst du dann wieder daheim? eben, du kommst erst zurück, wenn du noch Schafe hast ich hab' richtig viel Essen oh, das ist gut... dann komm zurück, bitte, und zwar schnell, ich hab' nur noch ein... ein Keulchen ja, so viel hab' ich schon noch... so einen Dreh dürfte es bei mir auch gleich laufen so viel läuft von mir jetzt schon schneller, schneller... gib mir mal bitte lauter Schüsseln, werf' mich mal mit Schüsseln zu ähm, die Schüsseln, die ich hab' hab' ich hier in die Kiste gemacht wir haben nur zwei... da Marcel, fang! ach, Schüsseln, dann werf' mich mit Schüsseln zu schneller! waaah! ich hab' nur noch... ich hab' auch noch zwei Pilzchen, wenn du willst ja, gib mir alles, was ihr habt da ich hab' noch sechs Kakaobohren und Schüsseln doch, hier ist noch eine Schüssel sind noch zwei da ähm, wieder, brauchst du noch Holz? da ist er wieder, verdammt toll, du hast die Pilze auch, gib mir mal die Pilze auch gleich wieder schlaaah! wieder, brauchst du noch Holz? äh, ich fürs Dach brauche ich jetzt keins mehr, ne ok mir fehlen noch die Steinpilze, wo sind sie? oder? Aaaaaaah! PANIK! bitte renn sie schreiend im Kreis aaaaaaah! 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 konze! so, Kreiswaage, wie komm' ich vom Dach herunter, ohne mich umzubringen? schneller! es gibt mir auch eins! hier! vom Dach? da! mhm, ne, ich hab' aber schon ne Lösung, ich bin auf dem Baum gesprungen und pack' den grad auf klein wie viel ham' man denn jetzt, Marcel? wenn man nur so viel satt seid! ich hab' jetzt vier Hungerkolchen also ich hab' jetzt nur einen Halbhunger, das bräuchte ich noch ich müsste noch fast meinen kompletten Hunger brauchen auch knapp bei der Hälfte also ich hab' nur einen Halbhungerbalken so, ich bin satt ich auch ich auch puh, jetzt bin ich wieder glücklich so, wer's noch welche hat, teilt's bitte gib's bitte an die Leute, die noch welche brauchen ok, ich geh' hier suchen warte, ich mach's hier unten in die Truhe rein oh, da kam grad'n Sie drunter, nett und tu die Schüsseln wieder in die Kiste Dankeschön da ist ein Schaf Tete Zombiefleisch jetzt sag mir nicht, dass du nichts bekommen hast, ich hab' noch ein Fleisch, das kann ich dir geben da war die ganze Zeit auf dem Dach oben gewesen ich hab' auch noch zwei Dingers hier, Rottenfleisch ich tu das eine Fleisch, was ich noch hab' in den Ofen ich hab' jetzt meine Schere gequäftet und geht's mal auf Schafsuchen auch, selbst wenn wir früher sagen müssen, ich bin ich grad' bei einem ne, ich hab's gar hier zwei, die tödlich schnell ja, nicht auf Schere, damit geht's dann noch schneller, weil die Schere zu spät finden, sollte irgendwann das ist schon zu Tote, kann's jetzt nicht mehr scheren ja, vielleicht find' ich ja andere, so wie die Schweine hier und so nein wirst du nicht Bett aus Schweineborsten ja, das hat's das Fleisch hat sogar fast gut boah da hat das Geld, das Geld, das Geld, das Geld, das Geld, das Geld okay hast du Knochen bekommen? das ist schön ohne Schaden, ey ja, ein Knochen und einen Pfeil okay, immerhin gib mal den Knochen runter da ist dann auch schon Knochen in der Truhe, ich hab' da welche Schweine alle Knochen an mich Schweine bring' die grad runter da sind die hier oben hin ich hab' auch, sieht's dann auch in der Truhe, gell? okay, tut alles in die Truhe, ich hol's mir ja so jetzt haben wir erst mal zumindest ein Haus, das ne Weile hält okay, ich hab' zwei Schweinefleisch jetzt wart ihr schon im Dschungel? ich hab' zwei Schweinefleisch wir haben schon mal vier im Dschungel war ich schon, ja Marcel, ich hab' hier noch ein paar Steinpilzchen wir sind wirklich schon wieder dunkel vier Stück was hast du? Steinpilze die, die hellen, nicht die roten okay, bringen sie mir runter also wenn ich mir die Leben anguck, wird das echt nix na, das schaffen wir schon, das schaffen wir schon wir müssen nur schnell Eisen finden und Rüstung bauen wir brauchen nur ne Pyramide, dann haben wir alles wo sind hier die verdammten Schafe? stimmt da brauchen wir erst mal sowas wie ne Wüste hey, ein Wolf den greif ich besser nicht an ja, und ich soll mich jetzt mal wieder nach Hause bewegen doch nicht allgemein vielleicht schon ach nein, Schwein, das ist nicht dein Ernst, oder? läuft da zum Creeper hin der weiß, wo er Schutz sucht lalalalalalalalalalalal pfff, gleich hören wir was können wir ein bisschen Holz einstecken? ich hab' 64, ja ich hab' irgendwas beballert fuck, fuck, fuck oder ne, Felix wird beballert ne, hä? irgendwas ballert hier, ich geh rein ins Haus ich will weg ja, da unten war uns gelät ok, komm 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 rein gib mir mal drei Bretter oder sowas wir hatten eigentlich die Druckplatten hingemacht der Druckplatten hinmacher war ich sag ich doch, der Druckplatten hinmacher so, guck mal, wir haben Fenster ist das nicht toll? wir können rausgucken ich bräuchte mal drei Bretter hier, ich hab' wie gesagt 64, ich krieg's die Hälfte hey hey tötet ihn weil haben wir da oben noch ein Eingringling alter haben wir da oben nämlich noch Platz für ein äh, Bett oder für zwei, drei mehr also ich hab' jetzt auch zwei Schafe Wolldingers wisst schon zwei Schafe zwei Schafe? Wolldingers so, jetzt noch ne Treppe noch da oben zack ich hab' jetzt zwei Brote, ne? ich hab' zwei Fleisch na, 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 na guck mal, das können wir doch schon mal, äh ein Sandwich-Bauen wer braucht noch Essen? Fischpartner, ne? ich ein bisschen noch wer? wer als ich? ne, er ich ein Land ran so, dann können wir da oben nämlich auch noch zwei Betten hinstellen das ist provisorisch für den Anfang reicht so, zwei Dürfen schlafen, der Rest nicht der schlaft zuerst provisorisch jetzt ist es schon wieder erweitert hat jemand noch Holz für mich irgendwie? ja, ich kann dir 29 Holz geben oh, ja, gerne wer, wer, wer war'n das? äh, Schiriki der andere oh, wir haben Zwischenboden schön äh, wer, wer wollte das Holz denn haben? na, der, der Holz haben will ich, 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 ich hier, hier, hier toll, keiner weiß, wer der dreht das, das leckt grade tierisch bei mir nur bei dir Dankeschön braucht ihr immer noch was zu essen? ich hab' zwei gebratene Fleisch und eine Pilzsuppe hier ist übrigens noch zwei gebratene Schweinefleisch ja, ich glaub' das ich glaub' das Lecken liegt da dran, wenn wir alle auf'n Haufen stehen weil sonst hat's bei mir grad keinen, äh, gar nicht geleckt wir sind ein Haufen ja, wir stehen ein Haufen, genau ja, jetzt gehen alle runter, oder was? ja, jetzt gehen alle runter, oder was? nice ich hab' nur nicht gesehen, weil du in mir standest wir sind übrigens nicht nur ein Haufen wir sind des Hauptmanns geiler Haufen, ne? wuhuu oh, das kennt sogar jemand, bin ja auch stolz natürlich ja schon ein paar Mal live gesehen oh ja und ich lass' den so weit zum Beispiel da ist sogar, ja auf jeden auf jeden oh mein Gott, jetzt geht dieses Nerdgelaber wieder zu geht aber nicht, geht jemand von euch aus Summer Police? sollst keine Eingänge für Spinnen bauen was ist mit mir hier? sollst keine Spinneneingänge bauen hat jemand Erde für mich? nein hier gibt's nirgendwo Erde ich seh' hier nie Erde ich weiß gar nicht, ob das Erde ist ich brauch aber meine Erde für mich Alter, warum leckt das bei mir so tierisch grad? ihr leckt's auch geh' raus und rein geh' einfach nur mal raus und rein dann geht's wieder normalerweise es geht jetzt so das Gerücht bei mir wieder bei mir leckt das nur, wenn ich auch für Entfernung mache mir leckt's überhaupt nicht, es ist so geil ich bin derjenige bei dem sich leckt und ich hab's beschissensten Sinne nicht wahrscheinlich von uns allen wer hat, was? der das Beste der nicht von uns allen hat, Aga definitiv bestimmt zu der 36 Milliarden K Leitung 150 M bis auf, wenn ich mal hier zur Uni gehe und dann Minecraft spielen würde würde die alle so'n Staunummern machen mit meiner 20 Gigabit Leitung, die wir dort haben ja, da seid ihr ruhig, geh' auf einmal hier schau' ich mal, ob der Tipp funktioniert hier und log' mich nochmal neu ein irgendwas ist heute verflucht also, wenn ich schon sehe, dass mein Rechner vorhin abgestürzt ist mag ich nicht das passiert mir ständig das liegt nicht daran, dass ich mein Rechner nicht mag wow, da ist ein riesen Slime, the fuck Alter, da ist ein riesen Slime da unten, da geh' ich besser nicht hin ne, es leckt bei mir immer noch ohne Ende dein Rechner hat ne Stelle für ihn mach's mal bei mir jetzt auch wenn du dich mit meinem Rechner anlegen willst, musst du dich erstmal mit mir hinlegen, mein Freund mein Rechner hat ne Stelle für ihn holt, holt und das willst du nicht ich hab' mehr Waffen in meinem Haushalt, als ich überhaupt Möbelstücke hab das muss man erstmal hinkriegen da kommt dann Viehzucht rein da steht jemand auf der Leiter ich hab' nicht in mich, ich hab' mich grad gewundert, warum alles schwarz wird weil wir alle jetzt schwarz sind hat jemand immer noch irgendwie Erde Dreck? ich hab' immer noch Dreck, ja drei Stücke ohne ich hab' ja, aber die hab' ich gerade verballert wenn du dich zu mir bewegen willst, hab' ich vier Blöcke, aber das bringt dich glaub' ich nicht sonderlich weils ich hab' auch drei Blöcke, da haben wir schon mal sieben Sepp gemein, ne? warte mal ich muss jetzt noch hier ein wichtiges Fenster bauen wupp ok wir nehmen dir bitteschön wuuu ich hoffe du bist jetzt glücklich Dreck wer hatte, wer hatte die anderen vier Drecks? die anderen vier Drecks wer ist denn jetzt ich? äh, der hat er? warte, 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 warte äh, wer wollte die noch einer? äh, wer wollte die noch einer? wunderschön so ein bisschen Dassasina, Dassasina, hier Dassasina, ah, alles falsch waaah da, da weiß man's natürlich wieder ich hab ja noch vier Eisen wo sind denn unsere Eisenbrennmaschine? ach, hier wir müssen uns dann langsam mal überlegen wir müssen... Marcel, jetzt wird's halt so langweilen wie viel Zäune hast du noch? wir müssen uns weilen 20 hab ich ok, da reicht ja dann mach er mal ja, mach Rinde auf der anderen Seite bauen wir sowas auch, würd ich sagen ich mach den Reis erstmal hier mit, mit, mit Marcel, was machst du da? ey, da hat einer eine Goldrüstung da hat ein... was ist? wer hat eine Goldrüstung an? wer hat eine Goldrüstung an? ja, kann sein der Zombie da unten ja, Zombies können jetzt auch Dinge anziehen droppt er das? ey, die können auch mit die Rüstung anziehen das wäre schon weiter anzulecken wie sonst was ja, bei mir ist grad auch übelst gehangen bei mir nicht bei mir nicht bei mir nicht was ist so los das ist ja der Wahnsinn das hätte ich ja niemals gedacht ich nehme mir den Zombie vor gib mir die Goldrüstung vielleicht kriegst du so gib mir die Goldrüstung nein der stirbt nicht, Marcel nein mein Goldrüstung und gleich kommt der Creeper und gleich kommt der Creeper naja, der redet auch zum Creeper wie das Schwein vorhin ja, der Zombie ist nur der Lockvogel ja, genau Creeper verbünden sich so einer bösen Creeper macht aber einmal kann ich glaube wie kriegen wir jetzt hier die Tiere hoch? ähm indem du sie den Weg hoch schickst gar nicht wo habt ihr denn den Zaun dafür hingebaut? beim hoch und schaust sie an neben am Haus ja will ich es wirklich wissen? spinny 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 es soll ja nicht schön sein es ist ja nur Hardcore Hardcore ist niemals schön ich mach nichts ohne es vollkommen zu machen na das machen wir nur wenn wir wirklich richtig bauen ich erinnere dich dran wenn du das nächste Mal auf der Toilette bist hä? hä?